Über die Mäßigung Es ist, als wenn alles, was Menschen berühren, infiziert würde. Dinge, die an sich gut und schön sind, verderben, wenn sie in die Hände von uns Menschen geraten. Sogar die Tugend kann zum Laster werden, wenn wir zu gierig und zu heftig nach ihr greifen. Wenn man sagt, Tugend könne niemals übertrieben werden, weil eine überspannte Tugend keine Tugend mehr ist, so spielt man bloß mit Worten. Das ist eine philosophische Haarspalterei. Man kann sehr wohl eine Tugend übertreiben, wie wenn man bei einer an sich richtigen Handlungsweise das Maß überschreiten kann. Zu dieser Auffassung passt das Bibelwort Seid nicht klug, sondern seid mit Maßen klug. Der Schütze verfehlt ebenso sein Ziel, wenn er zu weit schießt, wie wenn er zu kurz schießt. Die Augen verlieren die Sehkraft, wenn ich plötzlich in grelles Licht blicke, genauso wie wenn ich in ganze Finsternis schaue. In Platos Gorgias stellt Calicles die These auf, Philosophie im Übermaß sei schädlich. Er rät nicht über die Grenzen des tatsächlichen Verwendbaren hinaus, sich in sie zu versenken. Wenn man sich ihr mit Maßen widme, sei sie erfreund und brauchbar. Aber sich selbst überlassen, macht sie den Menschen schließlich wild und böse, verleite ihn zu Verachtung von Religion und Gesetz, mache ihn ungeeignet zu einem rücksichtsvollen Gedankenaustausch und zum Feind menschlicher Freuden. Lass ihn unfähig werden zu jeder Tätigkeit für die Allgemeinheit, Unfähigkeit, anderen zu nützen und sich selbst zu helfen. Bringe ihn so weit, dass man ihn ungestraft ohrfeigen darf. Die These ist richtig, denn in seiner Ungehemmtheit versklavt das philosophische Denken unsere naturgegebene Freiheit. Es zieht uns durch geschickte Kniffe, deren wir uns nicht erwehren können, von den schönen, ebenen Wegen ab, denen die Natur uns weist. Die Ehe ist eine fromme Bindung, die auf Ehrerbietung beruht. Die Freuden, die sie gewähren kann, sollten deshalb einen Schleier von Zartheit, Zurückhaltung und Ernst bewahren. Der Geschlechtsgenuss sollte etwas von der Verantwortung gedämpft bleiben. Ist doch das Hauptziel der Ehe die Fortpflanzung. Deshalb gibt es eine Theorie, bei der bezweifelt wird, ob die ehrliche Umarmung zulässig sei, wenn keine Nachkommenschaft erhofft werden kann, wie wenn die Frau zu alt oder schwanger ist. Nach Platons Auffassung ist das ein Mord. Die Perserkönige ließen ihre Frauen an den festlichen Gelagen teilnehmen, aber wenn der Wein die Männer ordentlich erhitzt hatte und sie ihre Sinnlichkeit nicht mehr bändigen konnten, schickten sie die Frauen in ihre Gemächer zurück, damit diese nicht Zeugen ihrer maßlosen Geschlechtslust würden. Statt ihrer ließen sie sich Weiber kommen, denen gegenüber sie sich nicht zu solchem Respekt verpflichtet fühlten. Der Kaiser Aelius Verus antwortete seiner Frau, als sie ihm Vorwürfe machte, weil er Liebesverhältnisse zu anderen Frauen unterhielte, er täte das aus Gewissenhaftigkeit, bezeichnet doch das Wort Ehe etwas Ehrenvolles und Würdiges, es sei kein Ausdruck für das Spiel geiler Gier. Und die Kirchengeschichte erzählt mit Hochachtung von jener Frau, die sich von ihrem Mann trennte, weil sie seine allzu sinnlichen und stürmischen Berührungen nicht dulden und ihn jedenfalls nicht Vorschub leisten wollte. Im Ganzen kann man sagen, bei keinem Genuss und wenn er an sich noch so berechtigt ist, bleiben wir makellos, wenn wir uns ihm im Übermaß und hemmungslos hingeben. Ist der Mensch, wenn man es sich genau überlegt, nicht ein bedauernswertes Tier?